Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 1. August 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 664 und ich sage zuallererst mal ein herzliches Happy Birthday Switzerland. Heute ist unser Nationalfeiertag. Dennoch ein paar Themen, die ich für euch habe zusammensammeln können. Jetzt meine ein paar externe Themen, aber auch das eine oder andere interne Thema. Ich beginne mit dem Q3, mit Apple Card, mit ultrafein Android Auto, IP Webcam, PS Plus und Games with Gold. Zuallererst zu den Zahlen. Gestern, die habe ich ausgelassen, weshalb auch immer. Ich war wahrscheinlich einfach vor allem müde und dann ist ja noch das Missgeschick mit den leeren Batterien vom Zoom passiert. Ja, da ging es leider unter. Die Apple-Zahlen kamen gestern Abend raus. Und ja, was soll man sagen? Ganz, ganz viel Geld ist wieder in Richtung Apple geflossen. Man hat im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Plus von 1,02% gemacht. Man hat insgesamt viele schöne Zahlen ausweisen können. 48% bei den Wearables, 6% respektive 10% bei iPad und Mac und so weiter und so fort. Und eine weitere Zahl ging in die Richtung, die Apple gerne gehabt hätte. Und das sind die iPhones. Die sind nämlich beim Wachstum um minus 13,1% zurückgegangen und das erste Mal unter 50% geflogen. Und somit verliert das iPhone an Gewicht bei Apples Zahlen. Und das ist ja das, was man schon länger möchte, dass das Ganze nicht mehr ganz so gewichtig und eben auf das ankommt. Vor allem Plus gemacht haben neben den Wearables, wie gesagt 48%, auch die Dienste. So werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch einige Male was hören. Dann gab es im Verlauf von den Quartalszahlen oder bis zum Gespräch mit den Journalisten im Nachhinein auch eine weitere erfreuliche Neuigkeit. Die Apple Card, welche in den Staaten starten wird, ist nun soweit und wird ab August, der genaue Tag steht noch nicht fest, aber an den Start gehen. Also, wer in den Staaten wohnt und möchte, kann bald schon mit der Apple Card bezahlen. Weiter geht's mit einem neuen Display. Im Frühjahr hat man schon aufgerüstet das Ultra Fine von LG. Das ist ein 4K-Display auf 23,7 Zoll. Kam damals neu auf den Markt. Und jetzt per Software neu auf den Markt ist ein 27 Zoll, auch LG Ultra Fine in 5K. Ein sehr sexy Display, was vor allem unter anderem auch mit dem iPad Pro funktioniert, was definitiv nicht die dümmste Idee ist. Denn ja, das ist ja die neue mobile Geschichte bei Apple. 1.399 Euro in Schweizer Franken, weiss ich nicht genau. Ich habe mich nicht getraut nachzuschauen, denn ja, ich hätte gern sowas. Aber nächstes Thema. Android Auto. Wir wechseln das Lager und gehen Richtung Google. Da ging in den letzten 5 Jahren nicht wirklich viel. Und jetzt hat Google wieder mal ein bisschen aufgeholt. Man hat das Ganze optisch verändert. Man hat mehrere Funktionen reingepackt. Der Startbildschirm schaut weniger wie ein Smartphone aus. Dafür mehr wie ein Navigationssystem. Macht ja auch Sinn im Auto. Und da mittendrin auf dem grösseren Display. Es gibt, was gibt es, was gibt es? Einiges im Hintergrund. Aber ja, was genau, das könnt ihr sehen, wenn ihr ein Auto habt, was Android Auto versteht. Volkswagen, wenn ihr einen solchen besitzt, könnte es dümmer laufen, denn die, auch dazu haben wir noch einen Link im Link verlinkt, im Beitrag verlinkt logischerweise, die kehren Google, wie auch Apple, den Rücken und möchten da was Eigenes machen. Das ist ja wie bei Streamingdiensten. Es will wieder jeder was Eigenes machen. IP Webcam. Warum erwähne ich das? Das ist das erfolgreichste Video bei uns auf dem YouTube-Channel von Pogipsi Network. Ich habe mittlerweile etwas um die 420.000 Views. Ein Video, das wirklich, ja, zu meinem Alt ist und auch, ja, ich muss es nicht wieder anschauen, weil da sind ein paar Fehler passiert. Aber schaut es euch doch selber an. Wer das mag, einen Link dazu in den Shownotes. Weiter geht es mit zwei Geschichten, wenn es ums Gaming geht und damit beschliesse ich dann auch gleich den Podcast. Die Spiele für PS Plus im August sind bekannt. Bei Playstation gibt es Wipeout Omega Collection und Sniper Elite 4 kostenlos im nächsten Monat. So wie, jetzt muss ich kurz blättern, genau, Detroit Become Human und Horizon Chase Turbo. Was wie genau, das könnt ihr nachlesen im Link in eurem Podcatcher, wo ihr das Ganze anhört oder natürlich auch auf der Webseite www.tele.geektalk.ca Und gleiche, noch im gleichen Zug bei Microsoft, wer einen Xbox besitzt und oder am Computer spielt, Gears of War 4, ein Spiel, das ich nicht aussprechen kann, Forza Motorsport 6 und Torchlight. Die Spiele gibt es im gewissen Zeitraum kostenlos zu klicken, somit wer da unterwegs ist und die Spiele interessant findet, sollte sich die sichern. Das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Morgen ist Freitag und wenn ihr mögt, wieder mit dabei. In dem Sinne, ich gehe jetzt mal Schweizer Nationalfeiertag feiern. Euch einen schönen Tag. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.